Hallihallo Leute, willkommen zurück zum mittlerweile schon zweiten Update-Video unseres Minecraft-Projektes Baucraft. In weniger als fünf Tagen ist es soweit, unser Projekt endet und ihr müsst bis dahin, um genau zu sein, bis zum 4.11. um 23.59 Uhr euer Grundstück bzw. eure Grundstücke eingereicht haben. Wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr das machen sollt, geht auf jeden Fall in die Videobeschreibung, vor einer Woche habe ich ungefähr hochgeladen, wie man sein Grundstück einreichen kann. Ansonsten würde ich euch empfehlen, das Ganze frühzeitig zu machen, sodass ihr genug Vorlaufzeit habt, um euch vielleicht den perfekten Text zu überlegen oder mit euren perfekten Fotos die Jury und vor allem mich auch zu beeindrucken. Ansonsten wollte ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei euch bedanken. Die letzten Wochen waren wirklich eine super, super coole Zeit. Ich habe jetzt mit super vielen Leuten von euch gesprochen, die hier auf dem Server spielen oder die auch auf dem Singleplayer spielen und ich habe wirklich super, super, super coole Bauten gesehen. Genau damit will ich jetzt auch weitermachen und zwar starten wir das heutige Video mit dem ersten Interview und wir schauen mal, was derjenige Kandidat heute so zusammengebaut hat. Du reichst also insgesamt drei Gebiete jetzt bei unserem Baucraft Contest ein. Wir befinden uns jetzt in einem, in einem ersten Wettbewerbsgebiet von dir und zwar der Parkanlage. Wir sehen alle, du hast hier im Hintergrund schon sehr, sehr viel gemacht. Vielleicht möchtest du dich erstmal kurz vorstellen und sagen, warum du dieses Parkgebiet ausgewählt hast und was du hier vor Ort vielleicht gemacht hast. Genau, hi, erstmal ich bin Tim und ja, ich habe das Parkgebiet ausgewählt, weil ich halt im Parkgebiet sehr, sehr viele Ideen gehabt habe, was man da halt wirklich für die Jugendlichen machen kann. Der Park war ja vorher wirklich sehr kahl und da stand ja nichts weiter außer Bäume und einem Fußballplatz und ich dachte, dass die Jugendlichen dann dort halt mehr Möglichkeiten haben, sich zu treffen und auch Spaß zu haben. Warum habe ich jetzt halt diese Möglichkeiten wie diesen Glaspavillon und den Skatepark und den Sportplatz hier mit eingebracht. Ich habe wirklich sehr darauf geachtet, dass der Park halt öndlicher für die ganzen Bewohner der Gruppe hier statt werden und dass dort jeder irgendwo in seinem Sinne Spaß haben kann. Ja, das sieht man, dass du dir da auf jeden Fall viel Mühe und Gedanken bei gemacht hast. Ja, was denkst du, warum sind deine Ideen hilfreich, um das Leben der Jugendlichen vor Ort ja zu verbessern? Ich denke, dass diese Ideen recht hilfreich sind, da die Jugendlichen hier wirklich viele verschiedene Möglichkeiten haben, ihre Nachmittage oder halt generell ein paar schöne Stunden mit Freunden verbringen zu können. Und sie so halt wirklich ja mal was anderes sehen, außer nur diese kahlen Plattenbausiedlungen. Gut, kannst du uns vielleicht einmal erzählen, warum du bei den Projekten mitgemacht hast und was dich an dem Projekt so begeistert und dich motiviert hat, hier wirklich so viele Stunden Arbeit reinzustecken? Jo, ich stecke so viele Stunden Arbeit in dieses Projekt, weil mich halt wirklich fasziniert, dass man in diesem Projekt was Reales erschaffen kann. Mein Kampf ist ja eigentlich eher so ein sehr irreales Spiel, wo man sehr übertriebene Darstellungen bauen kann. So das Besondere an diesem Projekt, was mich auch motiviert, dass man halt wirklich mal was erschaffen kann, was Leuten halt zugutekommen könnte und wo Leute wirklich praktischen Nutzen von haben könnte. Dann habe ich noch ein, zwei abschließende Fragen und zwar, ob du irgendwelche Tipps für die anderen Teilnehmer hast. Ich habe gehört, du hast schon zwei Gebiete oder ein Gebiet offiziell schon per Videoeinreichung eingereicht. Das heißt, du hast schon ein bisschen Erfahrung gemacht. Vielleicht kannst du uns und den anderen Mitspielern, anderen Mitteilnehmern ein paar Tipps geben, was die vielleicht beachten sollten bei der Videobearbeitung oder allgemeine Tipps, die denen helfen können, ihre Einreichung zu perfektionieren. Also grundsätzlich erstmal, wenn man keine Ideen für sein Gebiet hat, ich würde einfach mal selber darüber nachdenken, was ich mir in diesem Gebiet wünschen würde als Anwohner. Also wenn ich aus dem Fenster gucken würde, was ich mir vorstellen würde oder hoffen würde, was ich dort hätte. Und der Videoaufnahme habe ich besonders darauf geachtet, dass man halt wirklich alle Details des Parks sieht. Und das heißt, dass man jetzt nicht von sehr weit oben drüber fliegt, sondern wirklich alles genau zeigt und auch sieht, was man damit meint und wo es auch im Park positioniert ist, dass halt die Leute einen bestmöglichen Eindruck von dem Park bekommen. Bevor es mit dem zweiten Kandidaten bzw. dem zweiten Interviewpartner weitergeht, möchte ich euch noch einmal ein paar Tipps geben, wie ihr die perfekte Einreichung machen könnt. Ich kann euch nur empfehlen, wirklich ein sehr, sehr schönes Texture Pack, eventuell, wenn euer Computer das schafft, mit Shaders zu nutzen, um wirklich sehr, sehr schöne Screenshots zu machen. Diese sollten aussagekräftig sein und vor allem das betonen, was ihr in eurer Kernnachricht rüberbringen wollt. Geht bei der Einreichung wirklich ganz genau auf die Fragen ein, sodass wir als Jury nachher gut verstehen können, was ihr euch dabei gedacht habt und warum ihr euch gedacht habt, gerade diese Idee umzusetzen oder zu bauen. Ansonsten kann ich natürlich nur die Empfehlung aussprechen, wenn die Möglichkeit besteht, wirklich ein Video als Einreichung zu machen. Erstens spart ihr euch dadurch die ganze Arbeit, einen langen Text zu verfassen. Ihr könnt nämlich alles, was ihr in den Fragen für die Jury beantworten könnt bzw. sollt, könnt ihr auch in eurem Video beantworten. Dabei könnt ihr das natürlich, wenn ihr das selber erzählt, nochmal deutlicher und persönlicher rüberbringen, als wenn man das Ganze in einer Schreibform macht. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich mich jetzt frühzeitig hinsetzen, vielleicht von eurem besten Gebiet nur, die anderen könnt ihr ja schriftlich einreichen, ein sehr, sehr schönes Video mit schönen Kamerafahrten erstellen und dieses dann einreichen. Alternativ haben mir viele geschrieben, dass sie es nicht schaffen, mit dem Computer Videos aufzunehmen, dann kann ich euch empfehlen, wenn euer Computer nicht gut genug ist, einfach schöne Screenshots zu nehmen, diese in ein Videobearbeitungsprogramm zu tun und das dann einfach nachzukommentieren. Denn so kann man immer noch in einem Video, wo man jetzt nicht direkt die Aufnahmen aus Minecraft nehmen muss, immer noch sehr, sehr schön an den Bildern zeigen und kommentieren, worauf man beim Bau geachtet hat und warum und wie man etwas gebaut hat. Ich würde sagen, bevor es die nächsten Tipps geht, machen wir jetzt mit dem dritten Kandidaten bzw. mit dem zweiten Kandidaten weiter. Am besten ist, wenn du dich einmal vorstellst und erzählst, was du hier auf diesem Parkegrundstück alles so gemacht hast und was deine Intentionen dahinter waren. Also ich bin der Unimog HD und mein bestes Grundstück nach meiner Meinung ist der Park, denn da habe ich ziemlich viel Vielfalt für alle Personen hereingebracht. Und ich habe viele Sportaktivitäten, also viele Sportaktivitäten für Jugendliche gebaut, da können sie dann viel Sport treiben, aber auch für Kleinkinder habe ich einen Spielplatz gebaut und ein Freizeitpark ist entstanden und Entspannungszonen für Erwachsene. Vielleicht möchtest du uns noch einmal jetzt zum Ende des Projektes hin erzählen, warum du bei diesem Projekt überhaupt teilgenommen hast. Also ich habe teilgenommen, weil ich einfach das verbessern will, dass die Jugendlichen mehr Freizeitmöglichkeiten haben und weil es einfach Spaß macht zu bauen. Hast du irgendwelche Tipps an die anderen Teilnehmer, was die vielleicht beachten sollten? Ich habe schon gehört, dass du ein Video, wenn es geht, eventuell von deinen Grundstücken einreichen willst. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, neben der schriftlichen Möglichkeit. Vielleicht hast du dort irgendwelche Tipps auch an andere Leute, wie die ihr Video interessant für die Jury gestalten können? Also mein erster Tipp ist, so gute Jump Cuts reinzumachen, also dass es nicht so abgehackt und so ist und ich probiere noch so ein schwarz-weiß Video davor zu schneiden, wie der alte Park war und dann in Farbe den neuen Park zu machen. Mein letzter Tipp, den ich euch geben kann, ist derjenige, dass ich euch wirklich empfehlen würde, euch nochmal an die Grundstücke zu setzen und wirklich auf die letzten Details zu achten. Viele Grundstücke, die ich gesehen habe, waren von den Ideen her wirklich sehr, sehr gut. Das einzige, was mir persönlich, also meiner Meinung nach, gefehlt hat, waren an manchen Stellen die Details. Das sind viele kleine Sachen, die man verbessern kann, wie zum Beispiel einfach hier und da auf den Skatepark eine kleine Pflanze hinzusetzen, denn so sieht das Ganze einfach deutlich detaillierter aus. Das sind einfach ganz einfache Möglichkeiten, wie man mit ungefähr einer halben Stunde oder Stunde Einsatz sein Grundstück nochmal deutlich interessanter machen kann. Und ansonsten kann ich euch wirklich nur empfehlen, genügend Zeit in die Einreichung zu stecken, sodass wir wirklich ein sehr, sehr schönes Ergebnis haben und wirklich verstehen können, was ihr uns da einreichen wollt. Jetzt hören wir uns aber nochmal den dritten Kandidaten an. Vielleicht kannst du dich einmal selber kurz vorstellen und uns einmal erklären, warum du dieses Gebiet hier ausgewählt hast. Ja, also ich bin Kleinkatze-TV und ich habe erstmal geguckt, wozu mir, am Anfang des Projekts habe ich geguckt, wozu mir halt gute Ideen eingefallen sind. Und da habe ich schon direkt für das erste Parkdach, hatte ich halt so eine Idee, das ist glaube ich Parkdach 2, da so einen Park und eine Shopping-Mall und Spielplätze hinzumachen. Und ja. Wir haben schon vorhin uns einige deiner Grundstücke angeguckt, jetzt haben wir uns halt für die Parkdächer entschieden, die wir jetzt vorstellen möchtest. Kannst du uns vielleicht einmal zusammenfassen, was du da gebaut hast und warum du das gebaut hast? Also auf Parkdach 1 habe ich so eine Art Gemeindezentrum gebaut und Jugendzentrum und ich habe mir gedacht, dass das eigentlich vielen Leuten gefallen würde. Da ist auch eine Bowlingbahn integriert und auch so eine Art Veranstaltungssaal und da sind auch Spielplätze und eine kleine Oase. Und auf Parkdach 2 habe ich halt diese kleine Shopping-Mall und den Park gebaut, dass das eher so gedacht ist, dass die Jugendlichen und Leute sich da entspannen können. Wie denkst du, werden deine Ideen helfen, das Leben der Jugendlichen vor Ort zu verbessern? Also vielleicht, dass einige Ideen übernommen werden, zum Beispiel halt auf diesen Parkdächern so kleine Oasen, also so grüne Oasen zu machen mit Sitzgelegenheiten. Das finde ich sicherlich, würde die sicherlich freuen dort. Wie findest du bisher so den Wettbewerb? Was begeistert dich daran, was war so die Motivation für dich, am Wettbewerb teilzunehmen? Also ich habe das halt gesehen. Ich verfolge den Kanal jetzt auch schon etwas mehr als ein Jahr und ich bin halt darauf aufmerksam geworden und habe mir halt so gedacht, ja, ich kann doch eigentlich ganz gut bauen, nehme ich mal daran teil, wird sicherlich Spaß machen. Und dann habe ich halt meinen Freund Joey gefragt, der hatte auch Lust darauf mitzumachen und dann haben wir halt uns gesagt, ja, machen wir mal mit. Ich habe gehört, du und dein Kumpel werden nachher den Wettbewerbsgebiet bzw. die Wettbewerbsgebiete, ihr baut ja an mehreren, nachher per Video einreichen. Das ist ja auch eine der Möglichkeiten, wie man nachher sein Wettbewerbsgebiet einreichen kann. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps an andere Mitspieler, wie die vielleicht noch in den letzten fünf, sechs Tagen, die jetzt hier noch ablaufen werden, Tipps für die, wie die ihr Grundstück gestalten können bzw. wie die vielleicht ihr Video für die Jury interessant gestalten können? Also einmal zur Gestaltung der Grundstücke. Ich bin halt ein großer Fan davon, ins Detail reinzugehen. Und am besten ist es, wenn man einfach so erstmal drauf losbaut und wenn man jetzt noch vielleicht ein kleines Gebiet wie ein Parkhausdach anfangen will, das braucht nur drei, vier Stunden, einfach mal drauf losbauen, gucken, was man so cool fände und immer so auf Details achten. Das finde ich immer schöner, als wenn man da einfach nur was hinsetzt, so einen Klotz oder so. Ansonsten soll es jetzt eigentlich das für dieses Video gewesen sein. Wer es sicherlich denken kann, der wird jetzt schon erraten haben, dass es das ungefähr vorerste, letzte Video aus dem aktiven Baucraft-Wettbewerbszeitraum sein wird, denn der Wettbewerb ist, wie gesagt, in weniger als fünf Tagen zu Ende. Trotz allem soll das nicht das Ende des Projektes auf meinem Kanal sein, denn es wird noch zwei Videos auf jeden Fall geben, die sich an das Projekt richten. Als erstes braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass wir uns jetzt als Jury mehrere Monate hinsetzen und das entscheiden werden. Das wird nicht der Fall sein. Die Jury wird am ungefähr 15.7., äh 15.7., 15.11., so ist es richtig, sich zusammensetzen und dann direkt schon an diesem Tag auch die Entscheidung treffen. Das heißt, innerhalb von zwei Wochen jetzt nach diesem Wettbewerbsstart werden wir den Gewinner ermittelt haben und diese werden natürlich auch kontaktiert. Was dann als nächstes auf meinem Kanal passiert, ist, möglichst zeitnah nach dieser Jury-Entscheidung euch das Ergebnis zu übermitteln. Das heißt, ich werde nochmal ein Video der fünf Gewinner hochladen, also von jedem Wettbewerbsgebiet wird es jeweils einen Gewinner geben, das werde ich in einem Video zusammentun. Und letztendlich wird es zum Schluss nochmal ein finales Überraschungsabschlussvideo geben mit einer ganz besonderen Technik und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall auch freuen. Ansonsten bleibt mir, uns jetzt eigentlich nicht mehr wirklich viel zu sagen. Mir hat das Projekt im Nachhinein jetzt super, super viel Spaß gemacht. Ich weiß, viel Arbeit liegt hier noch vor uns, aber das, was ich bisher erlebt habe, hat, wie gesagt, mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Arbeit, beziehungsweise die enge Bindung mit euch als Zuschauer war super cool. Die ganzen Interviews, die ich geführt habe, waren super, die Leute waren super nett, super begeistert und mich hat es gefreut, einfach das Projekt hier auf YouTube mit euch durchzuführen. Es ist ein einmaliges Projekt und ich bin wirklich sehr, sehr froh darüber, dass ich ausgewählt wurde, das Ganze auf meinem Channel für euch, mit euch präsentieren zu dürfen. Ansonsten bleibt mir jetzt nicht mehr viel übrig zu sagen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Schickt eure Grundstücke ein, schickt uns eure Ideen ein, auch wenn das vielleicht nicht so viel geworden ist. Trotz allem würden wir uns freuen. Jede Einsendung hat eine Auswirkung auf die Stadt und auf die Stadtplanung. Die Ideen werden ja alle gesammelt und deshalb würde es mich wirklich freuen, wenn möglichst viele von euch ihre Sachen einschicken. Ich bedanke mich nochmal und bin raus. Ich bedanke mich bei euch.